hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von die sims 4 insel leben und ich habe wir gehen zur arbeit habe hier mal eine leiter aufgestellt und enya ist wohl die erste die das bestimmt ganz angenehm leiter hoch und wieder runter zu klettern sonnen in in badekleidung sondern in badekleidung weil ich habe extra hier oben jetzt diese stühle hingedings genau 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 das ist sicheres leiter klettern ignorieren spülmaschine beladen wer wegklingelt denn da so das meine ich das ist total behindert würdest du jetzt mal dein po hier oben hin bewegen angekommen findet statt doch was macht er der hate der ist immer noch fleißig am lernen und hat eigentlich theoretisch mal hunger ja wir könnten tatsächlich mal gucken ob wir noch mal einen neuen kohlen auftrag kriegen er bringt 6.000 ein 8.000 8.000 ja dann nehmen wir doch einen für 8.000 oder nicht kreiere zusammen mit einem stil beeinfluss ein perfekt ein perfektes foto mit frischer und peppiger mode der nächsten saison was die kreative freiheit die kleidung und fotomodelle selbst auszuwählen mode shooting täglich aktiv und attraktiv da war doch noch was den richtigen ja gut da kann man wohl zweimal dann nehmen wir doch mal das und dann müssen wir nur noch mit unserem zielbeeinflusser chatten wo ist easy wieso ist easy hier gar nicht mehr dabei hat er gekündigt oh nein er ist ja gar kein stilbeeinflusser mehr nur weil wir ihm jetzt den wohnungsschlüssel gegeben haben du hast die sonnencreme nicht aufgetragen aber du hast wenigstens dann schon mal ähm die kokosnuss gegessen also emily meine ich das ist sogar selber noch kokosnuss na gut ich habe das gefühl dass ich heute glück habe und die gcon wurde eröffnet sollten wir versuchen die festivalwettbewerbe zu gewinnen ich weiß nicht ich weiß nicht okay von mir aus okay es steht okay da okay ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht also erstmal begrüßen wir uns doch erstmal oder wir haben uns seit ewigkeiten nicht mehr gesehen so haben die hier auch stände was zum essen ja wir nehmen ein hamburger wer willst du denn jetzt warte doch mal möchtest du vielleicht immer was zu essen holen weil wir dann nämlich an die herausforderung machen wollten tächtelmechen im weltraum anhören nein nein das ist doch dieser auf jeden fall brauchen wir jetzt erstmal was zu essen ähm um sich kümmern du kümmerst dich auch mal um dich ja ist jetzt gut das müsste ja das gewesen sein ne die samaria die arbeitet an dieser ähm dingens nimm am programmiermarathon oder dem ultimativen spieltest teil äh ist das das sim clinch du könntest ja auch das machen weil ich kann ja nur das eine auswählen ne nicht an universität naja mach einfach irgendwas hauptsache irgendwie gewinnst du schon ne du spielst das nämlich auch ne ja aber unsere mit wem gehst du mir denn eigentlich nochmal hier hingekommen und wo ist sie denn jetzt hin hat die uns jetzt einfach hier sitzen lassen ah nein sie arbeitet jetzt als ähm ja barista mäßig bist du ja drauf die kreis ich dachte du wolltest am turnier teilnehmen weil du so viel glück hattest wow ich bin mal gespannt ob du was gewinnst oder kalt okay ja hier ist frühling ne und hier ist der frühling kalt es hat sich herausgestellt dass die anderen teilnehmer des turniers besser waren als davina dieses mal gibt es keinen preis wow dann nehmen wir halt am marathon teil und hoffen dass das jetzt unsere unsere aufgabe irgendwie so dann kümmert ihr euch nämlich alle um euch selbst ich habe vergessen freundschaften zu schließen und wir wollten kassandra eigentlich auch mal einladen ne mit mit leo in der karaboke bar ist happy hour in einer stunde bei ende alle ja jetzt erstmal abwarten ne und dann will ich noch beim marathon mitmachen so davina hat den programm marathon mit einer punktzahl von 18 prozent abgeschlossen oh man vielleicht sind wir ja die gewinner weil ja sonst keiner aus mitgemacht hat so jetzt können wir uns auch eigentlich mal hier unterhalten über getränkezubereitungen reden ähm koch geheimnis ausplaudern über witz über pie machen ok über tausend bären in ameisengröße gegen eine ameise in bärengröße diskutieren von mir aus wenn das wichtig ist irgendwas ist denn jetzt hier passiert du musst immer noch eine kokosnuss essen wir könnten ja auch mal ein festival souvenir kaufen da unten liegt noch ein burger wie geil oh guck mal schneekugel schneekugel emily das wäre doch ein geschenk für unsere emily die äh dann kaufen wir halt das festival t-shirt Na, danke, dass du unsere einzigartige... Ja, kein Problem. Äh, Enya, wieso bist du denn hier? Was macht Enya hier? Keiner weiß es. Verloren, ja. Im Spielturnier, aber vielleicht bist du ja und hast Glück im 4+. Wieso denn 4+. Alter, was ist das denn für eine Kacke? Ah. Jetzt ist sie natürlich auch auf Bewährung. Wie, wie klasse ist das denn? Wenn sie ihre Noten nicht verbessert, wird sie suspendiert und verliert ihre Stipendien. Wow. Davor habe ich jetzt voll Angst. So, dann fahren wir nämlich wieder nach Hause. Das ist ja unerhört. Ähm. Dann nehmen wir natürlich unsere Enya wieder mit. Ähm. Ansonsten hätte ich niemanden, den wir da jetzt groß mitnehmen. Ähm. 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 Das ist hart. Ja, genau. Ähm. Und in der Präsentation müssen wir auch noch halten. Genau. Sonst noch ein Wunsch? Was aufgaben für den Feinschliff des Geschmacks machen das da, das da und das da. Und danach kannst du Informationen sammeln. Und du hast natürlich aufgehört zu lernen, ne? Aber das kannst du ja jetzt wieder weitermachen. So, meine Liebe, warum könnt ihr denn hier an den Computer? Ich habe den doch extra gesperrt. Ungezwungen in Rot, bitte. Ja. und Reste nehmen. Fragt sich, ob ich zu dir... Nein. Ich komme hier gar nicht irgendwo hin. Wie wäre es, wenn du das hier mal reparieren würdest? Dann... würde das auch Sinn machen, aufzuwischen, weil dann nicht immer gleich was nachkommt, ne? Aha, du liest also in der Hand. Was steht denn da? Wir werden es nie erfahren, was in ihrer Hand steht. Umtipps, bitte, tippt, tippt. Umtippt, tippt, bitte. So, du machst sauber. Ihr lernt noch, Eifrig. Was musst du jetzt noch bei einer Kava-Party? Da müssen wir mal gucken, wann wir so eine Kava-Party denn veranstalten wollen. Ihr seid ja an allen Tagen beschäftigt. Naja. Irgendwann werden wir auch das machen. Den Job müssen wir auch noch machen, aber jetzt wird erstmal gebüffelt. Aber ja, die zwei werden die einzigen sein, die hier irgendwie studieren, weil der Rest, darauf habe ich echt keinen Nerv. Keine Lust, oder? So, wie sehen denn deine Manieren aus? Sind die arg gesunken? Nö, eigentlich nicht. Das kriegen wir auch wieder nach oben. Ey, ach Mann. Lass dem Kind das doch mal. Und verkauf lieber mal die Fotos hier. Wobei, das da gefällt mir irgendwie. Das retten wir hier hin. Ich glaube, der Hunger ist jetzt voll, ne? Ich habe gehört, dass du deine Zauberkraft gestärkt hast. Möchtest du sie... Nein, möchte ich nicht. Okay, du bist jetzt total genervt vom Lernen. Wie wäre es, wenn du dir vorher noch was reinzimmerst? Und wir machen hier auf jeden Fall einen Cut und sehen uns natürlich wieder in einer frischen, neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss! 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 Tschüss!